Sohle-Inhalation ist ein Naturheilverfahren. Die Wirksamkeit von Inhalation mit natürlicher Sohle konnte inzwischen studienbasiert klar belegt werden. So haben beispielsweise über 30 Prozent der Patienten mit einer Covid-19-Infektion eine störende zähe Sekretproduktion und gerade hier ist Inhalation erheblich wirksam und führt zu einer deutlichen Symptombesserung. In Bad Salzungen arbeiten wir mit einer der stärksten Sohlequellen Europas und dies wird von sehr vielen Patienten sehr geschätzt.